Darf ich's nie. Wir mussten schon ziemlich viel einstecken. Ich hab mehrere Risse in den Treibstoffleitungen. Getankt auch. Wir wurden aus wie ein abgestochenes Schwein. Ich muss ihn direkt am Südende absetzen. Okay. Anschnallen und Ausrüstung verstauen. Wir werfen diesen Typen aus dem Senkrechtstarter. Sie machen Scheiße! Bereit? Absprung in Kürze. Ich gehe so tief wie möglich, aber wir fliegen nur noch mit Dämpfen, also Beheilung. Oh, scheiße, ich hab da mit! Zehn Sekunden. Los geht's. Viel Glück, Marine! Seien Sie pushen. Es ist gut, dass Sie zu mir kommen, Alcatraz. Aber Sie müssen vorsichtig vorgehen. Lockhart hat seine Elite auf der Insel positioniert. Ich lose Sie so gut ich kann. Aber meine Sicht ist, nun, sagen wir, ziemlich eingeschränkt. Den vier Träger haben wir ein, je nach Bordenrichtung. Tafel aktiviert. 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 Das hat nicht lange gedauert, was? Vielleicht sollten Sie ein wenig vorsichtiger sein. Kampferd aktiviert. Alles okay. Kampferd aktiviert. Kein Kontakt. Alles sicher. Kampferd aktiviert. Kampferd aktiviert. Kampferd aktiviert. Kampferd aktiviert. Wie ist Ihr status? Oversight 1. Alles sicher. Achtung. Ziel wurde in Ihrem Einsatzgebiet gesichtet. Ich schwöre. Lockhart dreht langsam durch. Der Nimmungszeit. Kampferd aktiviert. 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 Taufe aktiviert. Verstanden, Grün 1. Ziel sofort eliminieren und Gelände sichern. Taufe aktiviert. Ziel angreifen! Baut! Verstanden. Finden Sie ihn. Taufe aktiviert. Taufe aktiviert. Taufe aktiviert. Taufe aktiviert. Taufe aktiviert. Okay. Langsam. Hören Sie gut zu, Alcatraz. Lockhart hat bei der nächsten Kontrollsperre eine EMP-Falle für Sie eingerichtet. Wenn sie wie geplant losgeht, grillt sie die Systeme der Nanohülle und ihre Synapsen wahrscheinlich gleich mit. Wir können die Falle zwar nicht umgehen, aber wir können sie austricksen. Es gibt eine Nebenstation für die Energieversorgung des Prism am Ostufer. Ganz in ihrer Nähe. Erreiche die Trafo-Station. Erreiche die Trafo-Station. Erreiche die Trafo-Station. Erreiche sie ist aktiviert. Tarnfeld 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 aktiviert. Ah! Ah! Hammerfuss! Hammerfuss! Ah! Kampche einen Fuss! Machina! Machina, Machina! Hammerfuss! 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 Ausgezeichnet! Und jetzt so schnell wie möglich raus da! Cell hat das ganze bestimmt mitgekriegt und ist unterwegs, um es zu untersuchen! Primär! Verstanden! Cell wird aktiviert! Cell wird aktiviert! Bitte komm! Cell wird aktiviert! Cell viewer Cell LiBear commissioned Sers zu Pen harnet Marc suppressed c Accel An rund Tü jen german Sie müssen jetzt vorrücken. Die dürfen gar nicht darüber nachdenken, was sie getan haben. Sie schicken Verstärkung zur Trafo-Station. Sie müssen vorsichtig vorgehen, Alcatraz. Wir sind so weit gekommen. Sie dürfen jetzt nicht versagen. Betretter am Färter aus. Wir sind so weit gekommen. Sie müssen jetzt. Wir sind so weit gekommen. Sie müssen jetzt. Wir sind so weit gekommen. Sie müssen jetzt nicht versagen. Wir sind so weit gekommen. Sie müssen jetzt nicht versagen. Das dürfte interessant werden. Das ist es, General. Wir haben ihn. Schalt mal zum Weg. Tom. Explosion bestätigt. Öffne innere Tür. Innere Tür aktiviert. Es geht los. So weit geht es nicht versagen, meine Herren. Erledigen Sie ihn. Wir gehen diesmal kein Risiko ein. Ich will von dem Anzug noch Schrot sehen. Alcatraz, links von Ihnen ist ein Abflussgitter. Zerstören Sie es und nehmen Sie die Kanäle zum Fluss. Ich entriegle die Wartungstür und übermittle Ihnen Lockhards Position. Los. Los jetzt. Los jetzt. Wir sehen da raus. Gelb 10. Achtung. Ziel ist möglicherweise an Ihrer linken Flanke. Erfülllich unbeschädigt. EMP war anscheinend wirkungslos. Ich wiederhole. EMP wirkungslos. Bereit machen zum Angriff. Mal griff. Muss ich denn alles selber machen? Ihr seid Elite-Soldaten. Ihr habt Ausrüstung. Hat mal jemand die Eier und wegt diesen Blecharsch um? Ich hab Sie gewarnt, Lockhart. Ich sagte, Sie sind dem nicht gewachsen. Ihr kleines Machtspiel ist vorbei. Sie sind der nächste alter Mann. Ich bin mit dem Arm im Abzug fertig, wenn sind Sie fällig. Nichts mit Hausarrest. Ich blase Ihnen das selile Hirn raus. Bessere Männer als Sie haben das versucht. Bessere Männer als Sie und Wesen, die so weit über Menschen stehen, dass es Ihre Vorstellung übersteigt. Geben Sie auch Blechdose. Sie haben keine Chance. Erschießen! Granate! Taunfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Leck mich, Blechdose! Geben Sie, Blechdose! Gute Arbeit. Und jetzt bringen wir sie rein. Ich öffne jetzt den Eingang zum Prischen. Hulgert, so schnell wie möglich. Gute Arbeit. Zahnfeld aktiviert. Zahnfeld aktiviert. Zahnfeld aktiviert zus. Zahnfeld aktiviert. Zahnfeld aktiviert. Die Dist percentage Zuhause? Systeme gestirben. So ist's gut. Perfekt. Danke, Miss Strickland. Vorbildlich. Checken Sie ihn durch. Und dann lassen Sie ihn ins Labor bringen. Wir müssen ihn so bald wie möglich vorbereiten. Die Zeit ist massiv gegen uns. Warnung. EMP Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. EMP Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. Tiefschichtenprotokoll hinzugeschaltet. Leite Systeme um. Aufwachen, Marine. Jetzt wird nicht gestorben. Bewegen Sie Ihren Arsch zurück in den Kampf. Warnung. Untertitelung des ZDF, 2020